Hallo, mein Name ist D'Aquila, willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Kalifornien und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 9 und wir stehen auf Rang 7 mit 57 Siegpunkten. Ich konnte leider gestern nicht aufnehmen, aber an der Tatsache, dass wir noch leben, könnt ihr wohl erkennen, dass wir die große Schlacht um Denver dann gewonnen haben. Die war deutlich blutiger, als ich erwartet hätte. Die gesamte Armee von Kolumbien wurde zerstört. Dann konnten wir aber zum Glück mit den Kräften, die wir hatten, noch herangeholt haben, dann den Feind doch noch besiegen, haben es also selbst gemacht. Und dadurch haben wir dann die USA gänzlich besiegt. Die Südstaaten wurden bereits ganz eingenommen durch den kolumbianischen Push durch den Süden, durch Jackson und durch ihre Landung in Orlando. Und der Rest der USA steht jetzt auch kurz vor dem Fall. Ich werde mir noch Chicago holen, das ist zwar jetzt nicht ganz so geil wegen der Doppelfestung, aber das kriegen wir alles hin. Und ja, damit werden wir hier endlich dann den Krieg abgeschlossen haben. Alaska ist inzwischen auch AFK, das heißt Alaska ist dann unser nächstes Ziel. Das macht alles ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Da war ja die große Sorge gewesen, dass wir eben irgendwie mit ihnen das dann auch arrangieren müssen. Ich wollte sie ja nicht verraten, weil das ja der Plan unserer alten Koalition war. Aber da sie jetzt weg sind, wird das Ganze etwas vereinfacht und wir können da einfach angreifen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm und sympathisch von ihnen, dass sie weggegangen sind. Und damit sind wir jetzt auch offiziell Mitglied der Großen Koalition in Südamerika. Ja, es gab da sehr viel Kommunikation, die wirkt auch sehr gut. Also die Leute hier sind gut, alle sehr aktiv. Wir sehen schon viele Nachrichten auch hier, die scheinen das echt seriös durchzuziehen. Wir sind natürlich jetzt nicht mehr ganz so groß, wie wir es im Vergleich vorher mal waren. Kolumbien hat hier viele Gebiete bekommen. Ich hätte auch gerne einiges gehabt, aber es war eben schwer, da wir ja unsere Truppen zum großen Teil auch verloren haben in Denver. Das heißt, wir konnten eben nicht durchpushen. Ich war gestern auch nicht da. Und die Südstaaten waren ja auch noch militärisch relativ stark. Das heißt, die haben uns ja auch sehr viel Arbeit abgenommen. Wir hätten das niemals so geschafft, auf gar keinen Fall. Dementsprechend bin ich denen da auch sehr dankbar. Die haben das schon verdient und wir können uns ja trotzdem noch um den Norden kümmern. Ist ja alles kein Problem. Ich wäre sogar eventuell gewillt, einfach Chicago sein zu lassen, weil das ist jetzt für mich so ein blöder Angriff hier. Die Provinz können die sich auch noch schnappen. Dann greife ich lieber jetzt hier im Norden noch Alaska an. Ich lasse hier ein paar tausend Truppen stehen als Reserve, irgendwie so 10.000, falls Chicago angreift. In Davenport haben wir auch eine Festung, die wir auch mal abbrechen können eigentlich. Das können wir uns sparen, das Geld. Und dann können wir direkt in Alaska einmarschieren und das alles einnehmen. Das wäre für mich viel besser, als das hier anders zu machen, denn das wären einfach hohe Verluste. Die schicken hier bereits ihre Kräfte raus. Ich würde auch ganz gerne dann selbst in Hawaii landen. Das werde ich noch ankündigen, dass ich das machen werde, weil ich die Provinzen gerne hätte. Einfach weil ich dann eben hier so ein bisschen mein Einflussgebiet haben möchte, dass ich dann hier eben meine Arbeiten verrichten kann, in dem fernen Osten Russlands landen kann, in Japan landen kann, in der Manschorei landen kann. Das ist ja mein Ziel, das ist unser Plan. Da wir auch Tag 9 haben, bauen wir bereits seit gestern an Fabriken in San Francisco, in Seattle Victoria seit heute und in Albuquerque. Passiert mir öfters, dass ich genau am Tag 8 dann nicht da bin. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt zumindest läuft hier alles. Wir bauen und wir könnten sogar noch ein bisschen mehr bauen, tatsächlich. Wir schauen mal in den Ressourcenmarkt. Getreide gerade preislich hoch im Kurs. Dann kaufen wir mal größere Quantitäten Holz ein. Die aber immer noch nicht reichen. Das ist aber schon ein bisschen fies hier. Ich will echt meinen Hafen bauen, aber ich darf einfach nicht, weil wir nie das Holz bekommen. Schade. Dann wohl doch kein Hafen. Wir könnten stattdessen noch eine weitere Fabrik bauen, aber da wird der Stahl nicht ausreichen. Wir sind ja wie gesagt nicht absolut riesig. Wir haben jetzt 28 Provinzen, das ist schon gut, aber das ist auch nur die Hälfte von dem, was Kolumbien hat. Von daher, wir sollten uns nicht übernehmen. Drei Fabriken werden auf jeden Fall erstmal ausreichen und wir müssen ja bedenken, wir werden noch viele Gebiete einnehmen in Alaska und fürs Erste keine Hauptstadt einnehmen. Und die müssen wir alle noch versorgen dann mit Ressourcen, was alles nicht so billig ist. Von daher müssen wir da sehr viel noch leisten können. Die Truppen hier können ja auch schon mal hier hingehen, damit hier einige Garnisonen bereitstehen für den Angriff. Ich würde schon morgen versuchen anzugreifen, wenn das geht. Wir müssen schauen, ob es geht. Mit den Reserven sollten wir das eigentlich schaffen können. Turtle Mountain ist ja auch bereits, ich weiß gar nicht, warum ich da hingehe eigentlich. Das ist ja eigentlich schon befestigt. Dann können wir hier mal hier rüber gehen. Und dann hier schnell Great Falls. Spokane einnehmen und dann einen direkten großen Push machen nach Kamloops. Doppel Holz, sehr gut. Calgary, Holz, sehr gut. Brauchen wir alles. Nochmal Holz, nochmal Stahl. Diese vier Provinzen lösen alle unsere Probleme. Super. Und ja, dann werden wir hier uns auf den Weg machen, uns international auszubreiten. Der Talk bei uns liegt bereits darin, dass wir versuchen wollen, einen Ally zu finden irgendwo. Das heißt, ein Ally für uns, der dann den zweiten Platz eventuell mitnehmen kann, wenn es da jemanden gibt, der Interesse hat. Wir suchen noch aktuell. Denn in Mosambik wird es natürlich nicht sein. Die spielen hier auf Sieg. Und zwar wirklich mit allem, was sie haben. Haben eine große Koalition gebildet. Viele zwar AFK, aber das muss sie ja nicht stören. Die sind wirklich riesig. Mit unserer größter Konkurrenz sein demnächst. Ich hoffe, dass jetzt hier Bolivien und Co. schnell noch Amerika sichern können, bevor hier die ersten Gruppen ankommen. Auch die Falkland-Inseln und King Edward Point wären gut. Denn das hier drüben wird eine große Sache werden. Ich muss dann auf meine Allianz vertrauen. Weil unser Job muss es ja wirklich sein, hier oben aktiv zu werden. Der Nordpazifik, alles nördlich der Datumsgrenze, ist unser Auftragsgebiet. Kolumbien muss dann so ein bisschen verschiedene Dinge tun. Die werden sicher auch hier helfen. Aber die werden auch dann Richtung Europa tätig sein. Denn Peru würde ich genauso wie auch Argentinien und Bolivien ganz hier unten abstellen, damit sie eben hier versuchen können, Mosambik in Schach zu halten. Wie eben auch ihre Koalition, die jetzt quasi bereits alles in Amerika oder in Afrika besitzt. Die ist ja jetzt schon generell hier fast völlig organisiert. Alle aktiven Nationen sind Teil von der Koalition. Bis auf Madagaskar. Aber die sind ja kein Problem für sie. Das heißt, die haben jetzt nicht wirklich viel Konkurrenz. Die EU ist natürlich noch da. Aber ob die was hinkriegen wird, ist die Frage. Grönland ist ignorierbar. Norwegen ist sehr klein. Finnland ist AFK. Norwegen hat nicht meine Hauptstadt. Das heißt, das ist auch nicht so wichtig. Sibirien ist AFK. Ja, das ist vollkommen egal. Das ist eigentlich fast nur Polen. Es ist eigentlich nur Polen und ein bisschen Grönland. Das aber auch jetzt nicht wirklich was machen kann. Die haben jetzt hier... Ach nee, das ist Dänemark. Nee, die haben gar nichts. Die haben jetzt hier in UK immer eine Landung gestartet. Aber auch da, das wird glaube ich nichts werden. Also, ja, wir haben noch Ungarn. Die sind theoretisch alleine in der Nordafrika-Koalition. Aber Hejaz ist, glaube ich, noch da. Aber dafür nicht da ist Ägypten. Also, ja, es gibt hier nicht viel Konkurrenz für sie. Polen und Ungarn müssten mit dem Osmanischen Reich gemeinsame Sachen machen, um das irgendwie noch hier zu stemmen. Ansonsten gibt es ja nicht viel Konkurrenz. Tibet ist groß. Aber auch hier drüben sehr einsam. Wir haben gar keine Koalition. Es gibt noch hier die Manchurerei in der New World Order. Aber da sind auch alle AFK gegangen. Also, für sie ist das etwas doof. Und hier drüben Australien ist jetzt ja so langsam auf dem Weg, irgendwo hinzukommen. Also, die haben nicht mehr viel Konkurrenz bis auf uns. Wir sind die größte Gefahr für sie, period. Wir sind auch die größte Koalition mit gutem Abstand. Das ist sehr schön zu sehen, 57 Punkte. Aber natürlich kann sich das alles sehr schnell ändern. Und die werden jetzt noch weiter wachsen können. Viele KIs hier noch zum Einnehmen. Das ist alles sehr, sehr viel für sie. Und wir sind hier deutlich mehr aufgeteilt. Und gerade Länder wie eben Argentinien, wie Bolivien, Peru haben jetzt nicht mehr viele Ausbreitungsoptionen. Und wenn sie die haben, sind die hier oben irgendwo weit weg von ihnen. Also, die können nicht wirklich viele Provinzen generieren, die jetzt für sie auch einen guten Vorteil haben, weil die Moral schwierig sein wird. Chile ist noch da und gerade sehr aktiv hier am Rumbandern. Sieht nachher aus, als es ist. Die werden sie jetzt gleich einnehmen, vermutlich. Und dann wir eben holen uns Alaska und gucken, was wir da machen können. Vielleicht kann man sich ja sogar aus dem Weg gehen. Das geht ja. Also, man kann die Runde ja auch so gewinnen. Aber es wird schwer, wenn die noch ein bisschen größer werden. Dann fehlen da die Punkte. Da braucht man dann schon deren Gebiete auch. Also, wir werden hier einen großen Showdown haben. Früher oder später. Mein Plan ist es jetzt, erstmal ein paar Artis zu bauen. Einfach, um die KIs zu besiegen. Das sind Artis ganz gut. Kann man die Nahkämpfe vermeiden. Kann man Schaden vermeiden. Und eben auch die KI abusen mit dem Rauslocken aus Festungen. Das kann ja die Arti ganz gut. Einfach mit der Arti oder mit einem Schiff sogar Truppen bombardieren. Und dann wird die KI versuchen, diese Einheit anzugreifen. Egal, wo sie ist. Auch auf See. Und dann eben ihre Truppen einschiffen. Oder einfach reinrennen in eure großen Kräfte. Da ist die KI nicht so schlau. Und so könnt ihr Verluste vermeiden. Könnt ihr Festungen auch ausräuchern sehr schnell. Und euch eben Zeit und Verluste sparen. Das heißt, Artis sind erstmal der Plan. Luftdorfer würde ich fast ganz ignorieren. Da sie für uns eine lange Zeit keine Rolle spielen wird. Und wenn überhaupt, brauchen die hier unten eine. Wir erstmal überhaupt nicht. Bomber können theoretisch von Alaska nach Jakutien fliegen. Über die Alioten. Das geht. Das heißt, da wären Bomber okay. Ansonsten brauchen wir definitiv Marine. Und das wird dann mal ein großer Ausbaupunkt sein. Wenn dann die Fabriken fertig sind hier. Wir werden dann hier mehrere Häfen bauen. Und schauen, dass wir möglichst schnell eine Produktion da aufziehen können. Leider haben wir das jetzt verpasst. Das heißt, wir haben aktuell keine Marineproduktion. Wir haben keine Häfen hier. Wir hatten einfach nicht die Ressourcen dafür. Wir waren so eingespannt überall. Und konnten nie irgendwie Holz entbehren. Und das rächt sich jetzt sehr. Genau, damit Angriff auf Alaska. Hoffentlich morgen. Hoffentlich auch ohne großer Problem. Ich weiß leider nicht ganz, was Alaska hat. Aber es dürfte nicht so viel sein. Aber sie werden jetzt auch nicht viel schwächer sein als wir. Wir haben jetzt aktuell 71.000. Sie werden ähnliches haben. Mindestens. Da sie seit ein paar Tagen im Frieden sind. Und auch nie so die größten Verluste hatten. Die werden also ein gewisses Problem sein. Wir müssen schauen, ob wir das hinkriegen. Am besten mit Default in Detail. Bei KI kann es schon ein bisschen sehr aggressive sein. Also Vorsicht ist auf jeden Fall angesagt. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das alles dann da ergibt. Und was sich ergibt. Und ob wir es schaffen können, hier möglichst schnell klar Schiff zu machen. Kanada habe ich keine Ahnung, was mit denen ist. Und die werden wir sicherlich nicht reinnehmen in die Koalition. Die werden vermutlich angegriffen werden von Peru und Kolumbien demnächst. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Koalition. Ich bin froh, jetzt hier gelandet zu sein. Es tut mir leid um die Leute, die es nicht geschafft haben. Und die USAs. Ja, also gut, die waren ja nie böse zu uns. Aber die waren böse zu Alaska. Von daher bin ich da auch jetzt nicht ganz so traurig drüber. Die waren ja auch nicht aktiv. Klar, wir haben sie verraten. Aber sie hätten auch einen unserer Allies verraten. Fand ich nicht cool. Will ich einfach kein Teil von sein. Ich möchte nicht in einer Koalition sein, die dann solche Pläne schmiedet. Und ja, das ist nicht so geil. Wenn ich das vermeiden kann, will ich es vermeiden. Und somit haben wir das gemacht. Und ich denke, es ist alles super gut gelaufen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.